Dettelldetteξ Die esty opportunities sind sind natürlich sogar einfacher, aber.. ...sit wird sich noch einer героisten Ende den Superfencing- . Denk ich mir, oder das meint, nie, Schwerwer BR- Da-da-dam. 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 Da-dam. 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 So. Und Schluss ist gleich hier. Endlich mal durch, Alter. Wir konnten schon seit Ewigkeiten durch. So, Bideckel. Und Rüstungen. Na, super. Na ja, die fährt aber auch einfach mal weg hier. Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam so kommt es mal weiter um da liegt noch ein Bierdeckel dann komme ich aber nicht ran dann komme ich da ran naja egal ich spiele gar keine Musik hier oder? doch jetzt was ist das? ich weiß es ist eine Flamme aber doch Keine Klampen, die mehr und trotzdem etwas anhaben können. Genau, über 1000 Hardplay, aber... ... und über 9900 Hardplay, aber naja... 904... Die haben 1900 Hardplay ungefähr. Ich bin echt mal auf den Superboss gespannt. Aber den Weg dorthin, glaube ich, werde ich mal ein bisschen abkürzen. Denn dafür muss man jede verdammte Katze hier finden auf diesem Planeten und deren Katzenhaare abnehmen. Sobald ich den Kompetenzen schon gelesen habe. Warum kann ich jetzt noch nicht gegen Gegner? Ja, also die Viecher, die hier machen nicht so unordentlich Schaden. Zwanzig ist jetzt bei Sylph, obwohl die, ja, Ultra-Statuswerte hat. Na gut. Und ich glaube, die Gegner übergehe ich jetzt erst einmal. Denn das hatte nicht sehr viel Sinn außer Geld. Und Geld war ich noch einmal überhaupt nicht. Ich würde gerne das wieder umgehen irgendwie, danke. Und noch ein Bilddeckel. Boah. Ist der Wald groß. Meine Güte. Hier ist so ein Riesenwald. Und wieder ein Flugel, Heini. Da komme ich aber nicht mal vorbei. Na ja. Dann machen wir eine fertig. Da na 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 na. Wir könnten eigentlich mal... Ja, Gewerkschaft oder nicht ausrechnen. BAM. Oder auch nicht. Ähm. Na super. Na dann machen wir mal eben... ...Frag. Äh. Warum? Oh, tschüss! Tada, daaam und erledigt! Ah, scheiße. Wenn ich das noch umgehe. Genau. Ja, einmal mehr Rendite und die waren erledigt. Von daher... Oh, hier ist noch ein... Anhänger, was ist das denn? Anhänger. Äh... Anhänger... Anhänger, Anhänger mit dem Appel von Anishans darin. Achso, das war doch... Irgendwo so ein Typ, der das haben wollte. Ich glaube, den mache ich nicht die Quests. Oh, what? Ähm... Was ist das da eigentlich? Die Dickel. Ah ja, okay. Ähm... Dann gehen wir jetzt mal nach oben und da ist schon wieder das Vieh. Ach, das umgehe ich jetzt keine Lust drauf. So. Warum ist der Flügel Heini jetzt nicht wieder da? Na, natürlich ist er wieder da. Warum denn auch nicht? Ich habe jetzt keine Lust auf Kämpfe. Das ist ein sinnlos gerade etwas. Na, na, na... Ich will den Musik ein bisschen genießen. Na, 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 na... Gimme lopic! Oh, energies! Oh, mindestens rico! Und da war es vom Ar tardlio Coco眼! Wiemlich, wenn mir das so geht, kann ich das dann noch nicht bestimmen. No! Warum werden wir das nur noch sehr leahah-Oh, einige Jahre sein? Es ist seit drei und fünf Jahren. Okay, dann gucken wir mal nach links. Denn... Nö, Gegner. Keine Lust drauf. Denn das muss auch fertig werden. Zumindest ist schonmal der Big Game Maker 2000. Noch ein Tierdeckel. Sonst hier ist noch ein Gegner. Und umgehen wir mal eben bitte. Sonst scheint hier nichts zu sein. Deswegen wieder um den Gegner umgehen. So. Und... Dann mal eben... Da hoch. Na, auch schon hier gegen. Auf euch hab ich da nicht weniger Bock. Leute... Oh, eine Katze. Ja... 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 Nein, gut. Ah ja. Und wir haben wieder einen Schrei von Antischaden. Sehr schön. Rein... Na... Zweite Punkt. So. Ich spiel dir auch mal Musik. Naja... Du hast bis jetzt schon 22 von 140 Spieldeckel gefunden. Unter alle 100 Blachen. Ja... Ähm... Sekten... Nein, danke... Nullpunkte. Ich hab's sowieso schon alles. Deswegen... Ähm... Schon... Nichts tauschen. Hast du irgendwas, was ich kaufen könnte? Ausrüstung, doppelten. Konzentalkraft. Gasselsredux. Einschauen... Ne... Gittesredux. 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 Ne... Items... Bierschlüssel. 999.000. Hab ich nen Bierschlüssel nicht schon? Irgendwie... Ne... Bierschlüssel brauchen wir nämlich für... ähm... Welche Ware... Ja, wir haben Leute, das ist noch mal eigentlich, dass ihr es wisst. Ähm... Ja, ich komm irgendwann kurz durch. So... Äh... Ich will endlich mal den Spiel fertig werden. Deswegen weiß ich nicht ganz so gut, dass es mir gescheatet hat. So... Items... Nächste Seite... Nächste Seite... Nächste Seite... Bierschlüssel. Bierschlüssel halten. Was kann man damit jetzt machen? Na, ich weiß noch was man damit machen kann, aber was steht jetzt in der Beschreibung? Ähm... Hab ich den doch schon gehabt? Ne... Bierschlüssel. Blblblbl... Nichts. Na super, toll. Keine Itembeschreibung. Ähh... Na gut, dann eben mal... Blblblblblblblblbl... Und... Weg hier. Weg, weg. Wo ist weg? So... Jetzt... Wissen wir... Irgendwohin... Okay, was ist hier? Kommen wir mal hier hin. Kann ich nicht landen? Das ist hier wirklich sehr super. Kann ich nirgends landen oder was? Hier kann ich landen. Speichern... Und so... Was ist das? Was ist das denn? Wir kommen auf der Insel der seligen Menschen einen seligen Aufenthalt. Ist das ein Hotel mit Therme? Äh... Aha... Aha... Ah ja... Was soll ist das? Schlangen! Und einen hinterher! Na super! Dies ist ja wohl nicht sehr toll! Na gut, Freunde! Und ihr macht Gift! Und... grey ist meine Hier geht es lang und wo ist das noch ein Schlang?